Die Märkte eilen von Allzeithoch zu Allzeithoch und das obwohl ganz viele Indikatoren auf eine Krise, auf einen Crash, auf eine Rezession hindeuten. Und deswegen möchte ich dir in diesem Video einmal zeigen, wieso viele Indikatoren im Moment in ihrer Bedeutung verloren haben, wieso sich viele Marktteilnehmer und viele Crash-Gurus auf die falschen Prognosen, auf die falschen Indikatoren im Moment verlassen, welche Indikatoren die richtigen sind und welche man weitestgehend ignorieren kann. Bevor wir in das Video rein starten, möchte ich mit einem kleinen Gedankenspiel starten. Stell dir vor, du hättest im Jahr 2019 eine Glaskugel gehabt und hättest die letzten 5 Jahre ablaufen sehen. Und dann hättest du die Wahl gehabt, in den Aktienmarkt zu investieren oder nicht. In dem Moment, wo du die Zukunft der letzten 5 Jahre vor dir gesehen hast. Was ist in dieser Zeit passiert? Wir haben die größte Pandemie der letzten 100 Jahre gehabt, die die Wirtschaft für Monate, teilweise sogar Jahre und in einigen Bereichen bis heute lahmgelegt hat. Wir hatten die höchste Inflation seit den 1970er Jahren, die Zentralbanken der Welt haben die Zinsen von 0 auf über 5% angehoben und wir haben einen Krieg mitten in Europa weniger als 1000 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Vermutlich hätte keiner von euch gesagt und ich auch nicht, dass die Aktienmärkte im Jahr 2024, kurz vor der Präsidentschaftswahl in den USA, am Alltime High stehen. Und viele Marktindikatoren deuten wie gesagt darauf hin, dass wir vor einem massiven Abverkauf an den globalen Finanzmärkten stehen. Welche Indikatoren meinen wir? Zunächst einmal ein Indikator, der ganz oft genannt wird, die inverse Zinskurve. Das heißt der Zinsunterschied zwischen der kurzfristigen und langfristigen Staatsanleihe. Werden kurzfristige Staatsanleihen höher verzinst als langfristige, dann ist das ein Rezessionssignal, um das sich Marktteilnehmer Sorgen machen sollten. 100% Trefferquote für eine Rezession in den USA. Bisher nicht eingetroffen. Vor einigen Wochen, Monaten auf YouTube ganz groß gewesen, die sogenannte Sam-Wool. Die besagt, wenn der gleitende 3-Monats-Durchschnitt der Arbeitslosenquote um 0,5 Prozentpunkte gegenüber den vorangegangenen 12 Monaten ansteigt, Rezession. 100% Trefferquote bei Rezession in den USA. Bisher nicht eingetreten. Der sogenannte Buffett-Indikator vom Orakel von Omaha Warren Buffett. Dieser setzt, wie wir hier am Schaubild sehen, den Wert der US-Aktien ins Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Und der soll zeigen, ob der Aktienmarkt im Verhältnis zur Gesamtwirtschaft im Moment günstig oder teuer bewertet ist. Dementsprechend, ob zukünftige Renditen attraktiv sind oder nicht. Und auch hier, wenn wir uns mal die letzten 70 Jahre anschauen, sind wir hier in der zweiten Standardabweichung am oberen Ende. Also auch absoluter Rezessionsindikator bisher nicht eingetreten. Und auch ganz viele vorläufige Makrofaktoren, die mit zukünftigen Gewinnen im S&P 500 korrelieren. Zum Beispiel der ISM Manufacturing Purchasing Manager Index, ja kurz PMI genannt, den auch viele von euch kennen dürften. Der ist negativ. Das ist historisch schlecht für Gewinne und historisch gesehen auch schlecht für den Aktienmarkt. Ja, alle drei Faktoren, die wir hier genannt haben, sind im Moment getriggert, deuten auf großen Abverkauf hin. Trotzdem merkt er am Allzeithoch. Hä, was passiert hier gerade? Warum funktionieren diese Indikatoren im Moment nicht? Fangen wir mal an mit dem Buffett-Indikator. Also alle Indikatoren sind auf jeden Fall erstmal ein Zeichen zur Vorsicht. Aber es sind Timing-Aspekte, ja. Das heißt, es ist nicht der Zeitpunkt, über den wir im Moment reden, sondern es ist der Zeitraum, in dem diese Signale eine gewisse Relevanz bedeuten. Und der Buffett-Indikator, der zeigt natürlich an, wie gesagt, ich habe es gerade gesagt, zweite Standardabweichung, alles massiv teuer, müsste sich mehr als halbieren für eine faire Bewertung. Das zeigt dieser Markt ganz klar. Aber die Korrelation zwischen der Bewertung und zukünftiger Rendite, die ist sehr gering. Wie wir hier sehen, liegt die nur bei 22 Prozent. Also der Markt kann extrem teuer sein und trotzdem können fünf Jahre lang die Aktien weiter haussieren, weiter steigen, in noch unrealistischere Bewertungsmalte-Pilz reinwachsen, wenn man das mal so sagen kann. Aber wie gesagt, nur eine Korrelation von 22 Prozent. Dann kommen wir zur inversen Zinsstrukturkurve. Ja, die hat eine sehr hohe Trefferquote, aber die Verzögerungen, die sind oft negiert. Was meine ich damit? Die Varianz, mit der eine Rezession nach dem Trigger eintritt, die ist enorm breit. Im Durchschnitt sind es zwölf Monate. Aber der kürzeste Zeitraum lag bei sechs Monaten und der längste Zeitraum lag bei 17 Monaten. Und der eigentliche Rezessionsindikator, der ist die Nicht-Inversion, die wir jetzt sehen. Nämlich die Ur-Inversion der Zinskurve, die ist letztlich erst eingetreten vor wenigen Wochen. Und das ist das eigentliche Signal nicht, dass der Spread negativ wird, wie wir hier an diesem Schaubild sehen. Insofern haben sich eben einige zu früh gefreut auf die Rezession. Und dieser Indikator, der signalisiert im Moment eben ein Soft-Landing wieder und kein Hard-Landing. Deswegen Indikator ist eingetreten. Ja, deswegen hätte man sagen können, innerhalb von sechs bis 17 Monaten muss hier die Rezession auf jeden Fall kommen. Er ist jetzt aber gedreht. Deswegen auch schwierig. Und dann die Samwul, ja, also die gute Frau Sam, die diese Regel ins Leben gerufen hat, habe sie gerade eben schon erklärt. Die hat jetzt selber gesagt, also mit ihrem eigenen Kommentar, dass dieser Indikator, dieses Signal im Moment auch verzerrt ist, weil die Arbeitslosenrate eben ganz anders ist, als sie in der Vergangenheit war. Denn die Arbeitslosenrate, die steigt nicht nur, wenn Leute ihren Job verlieren, sondern auch, wenn sich bereits Arbeitslose einen Job suchen, die sich davor nicht gekümmert haben. Und das haben wir eben seit Covid-19 sehr, sehr stark gesehen. Und das hat diesen Indikator sehr stark verzerrt. Denn etliche sind aus dem Arbeitsmarkt ausgetreten, aufgrund des hohen Stimulus, der die letzten Jahre vor sich ging, insbesondere in den Covid-Zeiten, wo man ja wirklich Helikoptergeld gesehen hat. Und jetzt kommen diese Leute zurück, die eigentlich schon seit Jahren arbeitslos sind, aber eben nicht gezählt worden, weil sie eben auch keinen Job gesucht haben, plus höhere Immigration in den USA. Und deswegen sagt die Frau Sam selber, dass dieser Indikator im Moment an Aussagekraft verloren hat. Und wir sprechen hier über einen Indikator, der eine hundertprozentige Trefferquote hat. Und natürlich zeigt das trotzdem, dass der Arbeitsmarkt im Moment sehr instabil ist. Auch die ganzen neuen Jobs, die im Moment geschaffen wurden in den USA, sieht man ja, waren fast alle im öffentlichen Dienst. Also hat man Lehrer besetzt und so weiter, dass man hier zeigen kann, hey, wir haben doch super tolle Arbeitslosen-Daten. Unsere Economy is great. Alles ist super. So, und jetzt sieht man aber eben, wie diese Faktoren immer mehr verzerrt, immer mehr manipuliert werden, um kurzfristige Ergebnisse wie eben Wahlen, die in den nächsten Wochen anstehen, zu beeinflussen. Und natürlich auch die Zinsbedeutung. Die 5% Zinsen, das war für mich eigentlich der wesentliche Faktor, wieso ich gesagt hätte, ich glaube nicht, dass die Aktienmärkte so haussieren werden, wenn wir nach 15 Jahren von quasi 0 Zins auf über 5% gehen, weil man dann eben risikolosen Zins bekommt. Haben wir auch gesehen, viele Unternehmen wurden massiv abgestraft. Estee Lauder, 75% vom Hoch eingebrochen, aus einer eigentlich stabilen Branche, Kosmetikindustrie. Man hat aber zu 50 Mal Gewinn gehandelt, obwohl man im einstelligen, niedrigen, zweistelligen Bereich gewachsen ist. Da stellt sich doch die Frage, wieso soll ich für sowas 50 Mal Gewinn bezahlen? Was ist jetzt passiert? Solche Unternehmen, haben wir auch bei Nike gesehen, größter Crash seit der Subprime-Krise, sind um 60, 70% von ihrem Hoch eingebrochen und haben immer noch eine recht sportliche Bewertung. Natürlich, Märkte am Allzeithoch getrieben, insbesondere natürlich durch Tech und das AI-Narrativ der letzten Jahre. Und insbesondere in Covid war die Wirtschaft deutlich weniger sensitiv gegenüber diesen Zinserhöhungen, weil man ja trotz rekordhoher Zinsen noch sehr viele Ersparnisse aus der Covid-Zeit hatte. Die Ersparnisse für die Haushalte waren während Covid so hoch wie seit vielen Jahren nicht mehr durch das Helikoptergeld, was den Bürgern eben direkt zugeflossen ist. Und deswegen hatte man eine geringere Sensitivität gegenüber dem Zinsen. Das sieht man aber jetzt, dass die im Moment steigt, denn insbesondere die Haushälte mit extrem geringen Einkäufen, das sehen wir in diesen ganzen Eindonner-Shops, die auch massiv an Wert verloren haben. Selbst hier Wert gespart, weil man jetzt eben erst diese ganzen Faktoren sieht. Und einer der weiteren Gründe, wieso dieser Zyklus besonders ist, ist die kommende Präsidentschaftswahl. Denn der Slogan, der in jedem Lehrbuch steht, politische Börsen haben kurze Beine, würde ich sagen, wurde die letzten Jahre komplett ausgehebelt. Siehe Russland, Ukraine, siehe China, siehe Zölle und so weiter und so fort. Und wohl kaum eine Notenbank war in der Vergangenheit so interessiert, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, dass hier Kamala Harris an die Macht kommt oder dass Biden hätte im Amt bleiben können und man ein Stück weit verhindern möchte, dass Donald Trump wieder ins Weiße Haus einzielt. Denn anders ist für mich die Zinssenkung, obwohl die Börsen am Allzeithoch sehen, wenige Wochen vor der Wahl schwer zu erklären, insbesondere der jüngste Kerninflationsrate wieder angezogen ist. Und Powell trotzdem sagt, dass er mit weiteren Zinssenkungen rechnet. Die Notenbank davor, die war zwar straff, ja, aber das hat an der absoluten Nachfrage wenig geändert, denn die Unternehmen haben die hohe Nachfrage aus Covid nachgeholt und die Haushalte hatten, wie gesagt, überschüssige Ersparnisse durch den Covid-Stimulus. Und Janet Yellen, die US-Finanzchefin und ehemalige FED-Chefin, die ist sehr expansiv mit ihrer Politik. Jede Institution tut das, was sie machen können, um Stimmen für Kamala Harris zu sammeln. Denn die Staatsdefizite, die sind wirklich auf historischen Hochs. Die haben fast schon zweite Weltkriegsniveau. Man ist hier sehr stimulativ, zum einen mit dem Inflation Reduction Act, Chips Act etc. Also wie soll es hier jemals zu einer Rezession kommen, wenn man ein Haushaltsbilanzdefizit von über 8% fährt, man die Zinsen dann gleichzeitig noch senkt, weil man natürlich, man kann jetzt auch sagen, ja, man gibt 23% der Haushaltseinnahmen für Zinszahlungen aus. Das heißt, das hat gar nichts zu tun hier mit Donald Trump und der potenziellen Unterstützung von Kamala Harris, sondern man hat das gemacht, weil man mit dem Rücken zur Wand steht, obwohl die Börsen am Allzeithoch sind, weil der Staat hier einfach im Moment den Engpass hat und nicht die Firmen. Und jetzt mal eine super spannende Frage. Also allen dürfte bekannt sein, die USA gibt mehr Geld aus, als sie einnehmen. Schreibt mir bitte jetzt mal in die Kommentare, wie viel US-Dollar die Regierung pro Jahr, pro Person im Moment ausgibt. Es sind 20.000 Dollar, mit denen die US-Regierung quasi jede Person in den USA, gelinder gesagt, subventioniert. Deswegen haben wir hier ein Defizit von 2 Billionen Dollar im Moment. Also wenn wir uns hier die Quellen der Finanzierung und die Total Spendings anschauen, dann ist hier einfach eine sehr, sehr, sehr große Differenz. Und gleichzeitig haben wir ein sogenanntes Moral Hazard Problem. Kennt vielleicht der ein oder andere noch aus dem Studium, denn der Markt geht gerne Risiken ein, wenn er weiß, dass die FED bei jedem kleinsten Problem eingreifen wird. Letztmale haben wir das gesehen am 5. August, als dieser Liquiditäts-Carry-Trade, US-Dollar, Yen ins Banken geraten ist, das instant interminiert wurde. Und erinnert sich von euch noch jemand an die Mini-Banken-Krise im März 2023? Da habe ich auch ein Video dazu gemacht, verlinken wir ebenfalls unten. Damals hat jeder Finanz-Youtuber gewarnt, dass wir hier vor einer Mega-Banken-Krise 2008, 2009 stehen. Ich habe damals Entwarnung gegeben, weil es eben nur die kleinen Regionalbanken betroffen hat. Insbesondere damals die Silicon Valley Bank. Und ganz ehrlich, die hat überwiegend Startups finanziert. Und es interessiert eigentlich niemanden, ob ein Startup pleite geht oder nicht. Aber die FED griff auch damals sehr schnell ein und schoss Liquidität in den Markt. Und wenn man mich jetzt fragt, was der nächste Grund für einen Crash ist, ich meine jetzt nicht eine Korrektur, 10%, 15% oder auch ein kleinerer Crash von 20%, sondern wirklich einen massiven Crash, den wir an den Märkten sehen könnten, dann ist es ein sogenannter Liquiditätsengpass. Wie 2008, 2009, Vertrauen ins System wird erschüttert, die Banken leihen sich untereinander kein Geld mehr. Und da sieht man, sobald der Markt nur ein kleinstes Signal spürt, dass wir einen Liquiditätsengpass bekommen, sehen wir die Angst. Das waren immer die Events in den letzten Jahren, in den letzten Monaten, die zu sehr starken Korrekturen von 5-6% innerhalb von 1-2 Tagen geführt haben, sobald man eben gesehen hat, ah, hier könnte es einen Liquiditätsengpass geben. Und wie gesagt, diese ganzen Faktoren, die haben ehrlich gesagt niemanden interessiert. Und der Markt hat diesmal unglaublich viel Geduld, in vielen Branchen über den zyklischen Rückgang hinwegzuschauen und bereits den nächsten Zyklus einzupreisen. Denn der S&P 500, der ist am All-Time-High, aber nicht, weil die Gewinnerwartungen deutlich gestiegen sind, sondern weil die Leute einfach bereit sind, viel mehr Geld dafür zu bezahlen, wie wir hier an dieser Abbildung sehen. Und auch bei Einzelaktien ist das der Fall, wo man einfach deutlich höhere Bewertungen, als in der ganzen historischen Vergangenheit, bereit ist zu zahlen. Ein weiterer Faktor, der jetzt noch dazugekommen ist, ist wie gesagt der China-Stimulus, größtes Stimulus-Paket seit Covid. Wenn man es über die ganzen Jahrzehnte betrachtet, wirklich ein Ausnahmestimulus-Paket. Und auch der AI-Investitionsboom, der ist natürlich nicht zu unterschätzen. Die größten Positionen im S&P 500 sind Unternehmen, die von diesem Trend maßgeblich profitieren. Ja, und der S&P, der ist von der realen Wirtschaft eben gar nicht mehr so abhängig. Denn wenn man sich den Russell 2000 anguckt, dann ist der seit drei Jahren eigentlich eine Nullnummer, während der S&P 500 auf All-Time-High steht, weil er eben von wenigen Playern getrieben wird. Und bevor wir nun zum Fazit kommen, möchte ich einen kurzen Hinweis geben. Ihr findet in der Videobeschreibung eine Zusammenfassung meines Investment Guides, wo mein Team und ich seit zwölf Monaten unsere besten Anlageideen jeden Monat präsentieren. Ja, liegen hier zweistellig im Plus, solide zweistellig im Plus aufs Jahr, hatten einige Werte dabei, die deutlich mehr als 50% in den letzten Monaten gestiegen sind. Könnt ihr euch in der Leseprobe einmal unverbindlich anschauen. Und jetzt geht's weiter mit dem Fazit. Ich will nicht sagen, dass die ganzen Marktindikatoren ihre Bedeutung verloren haben. Aber ich denke, die werden im nächsten Makrozyklus wieder an Bedeutung gewinnen. Denn dieser Zyklus, also Post-Covid, ist eben sehr besonders in vielerlei Hinsicht, weil er eben schwierig mit anderen Perioden vergleichbar ist. Die letzte Pandemie hatten wir, wie gesagt, im Jahr 1918, 1919. Und insofern darf man diese Signale nicht unterschätzen, vor allem mit einem Wiederanstieg der Inflation und wieder steigenden Zinsen. Wieder steigende Zinsen werden wir sehen, aber insbesondere einen Anstieg der Inflation preise ich für das kommende Jahr mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ein, wieso ich im Moment auch relativ bullisch auf Öl bin und auch eine hohe Position in Occidental Petroleum aufgebaut habe, die ich bei weiteren Rücksetzern auch gerne nochmal akkumuliere. Und das Momentum soll man natürlich so lange nutzen, bis die Party anhält. Aber es ist halt wie bei der Reise nach Jerusalem. Irgendwann gibt es keinen Stuhl mehr. Und wir waren bis vor kurz mit 130% in unsere Vermögensverwaltung investiert, konnten über 20% Return dieses Jahr damit erzielen, haben jetzt aber auch mal die Chips vom Tisch genommen, haben unser gehebeltes Exposure abgebaut, bauen nun auch wieder erste Short-Positionen an. Denn zum einen ist, wie gesagt, der Markt sehr hoch bewertet und auch nach der Präsidentschaftswahl. Wir haben generell im vierten Jahr einer Präsidentschaftslegislatur immer die höchsten Staatsausgaben und im Jahr eins nach der Wahl die niedrigsten. Wenn Donald Trump gewählt wird, werden wir relativ hohe Zölle sehen. Ja, Handelskriege sind nie gut. Wenn wir Harris sehen, werden wir höchstwahrscheinlich Steuererhöhungen sehen. Die 10% der Gewinne im S&P 500 dahin schmelzen könnten. Und deswegen bin ich nicht pessimistisch, aber einfach vorsichtiger. Es gibt immer irgendwas am Markt, was spannend ist. Es gibt auch im Moment viele Werte, die vom Markt übersehen werden, die man sich immer noch ins Portfolio legen kann. Aber für den Gesamtmarkt wäre ich persönlich eher etwas pessimistischer. Deswegen insbesondere jetzt, wo die Märkte auf Allzeit hochstehen. Einfach mal durchs Depot gehen, die Einzelaktien überprüfen, ob man, wenn der Markt fällt, diese Rücksetzer nutzen möchte, um aufzustocken oder nicht. Und wenn man nicht aufstocken würde, dann würde ich persönlich überlegen, jetzt schrittweise aus solchen heißgelaufenen Positionen auszusteigen. Muss man nicht direkt verkaufen. Der Markt kann auch noch eine ganze Weile weiter steigen. Aber wieso nicht mal ein Drittel mit 5% Stop Loss absichern? Wenn es dann eine kurze Korrektur gibt, dann hat man mal solide Gewinne gesichert, hat dann immer noch eine Position, die weiterläuft. Und dann kann man überlegen, bei weiteren Rücksetzern würde ich hier aufstocken oder eben verkaufen. Und dann würde ich so meinen Plan machen, für Langfristpositionen rein akkumulieren, die vergrößern, für Positionen, wo man sagt, hey, das ist jetzt super gelaufen, aber weiß nicht, ob ich sowas die nächsten 10 Jahre im Portfolio halten möchte. Vielleicht lieber mal die Chips vom Tisch nehmen. Ja, also das war meine Einschätzung zu den Marktindikatoren. Und zum Schluss möchte ich noch kurz einen Satz sagen, was ich sehr, sehr komisch finde. Insbesondere bei vielen Akteuren am Markt, die seit ganz vielen Jahren davor waren, dass wir den nächsten Crash sehen werden und sich auf diese Marktindikatoren stützen, müssen aber auf der anderen Seite sagen, dass der Markt irrational gebrochen und kaputt ist. Also wenn ich auf der einen Seite sage, dass das ganze System sehr fragil und eigentlich kaputt ist, dann kann ich doch nicht auf der anderen Seite aber diese Indikatoren nehmen und dann sagen, ja, das müsste jetzt alles darauf hindeuten, dass wir jetzt 50 Prozent verlieren. Das erschließt sich mir nicht so ganz, denn ich finde, in der Argumentation haben diese Leute oftmals recht, aber es werden eben die falschen Ableitungen getroffen. Das war meine Einschätzung zum Thema Marktindikatoren, auch kurz zum Marktgeschehen. Da werde ich in den kommenden Wochen noch mal ein neues Video machen, wie mein Fahrplan für 2025 aussieht. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das fandet, ob ihr euch mehr solcher Videos wünscht oder schreibt mir generell auch super gerne eure Wünsche in die Kommentare. Wir leben auch davon. Wir greifen hier viel auf, verwandeln das in Videoideen, die ich euch vorstellen darf und an dieser Stelle auch mal ein super großes Dank an das ganze Team, was hinter mir steht, denn ich bekomme hier immer viele Lorbeeren ab vor der Kamera. Ja, aber es gibt auch Leute, die an den Skripten mitarbeiten, mit denen ich seit vielen Jahren zusammenarbeite, super wertvolle Menschen und an diese auch mal ein großes Dankeschön. Und jetzt macht's gut. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Euer Moritz Hessel.